Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Runde von Master Builders. Ihr habt euch auf jeden Fall viel Zahl... Wie sagt man das? Zu viel Zahl... Mehrfach gewünscht. Ihr habt es euch mehrfach gewünscht. Und mit dabei ist heute... Alpha Stein... Und Maxify! Hallo! Guck mal Maxify, das ist der Unterschied. Man denkt schon, ich bin laut und stressig aber. Dann... Dann gibt es so Leute wie Knossi... Und Alpha Stein, Alter, die wirklich alles auseinandernehmen, Digga. Wirklich, also komplett belastend. By the way, Leute, wartet mal ganz kurz. Hä? Wieso spielen wir denn auf Halbpixel? Ist ja voll schwachsinnig. Leute, wir gehen rüber auf revinza.tv, besterserver.eu. Richtig. Bis gleich. So Leute, viel, viel besserer Server. Ich würde sagen, wir bauen zusammen eine Hüpfburg. Stimmt, ich habe Bock eine Hüpfburg zu bauen. Let's go, Leute. Hüpfburg, 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 Hüpfburg. Yeah, Hüpfburg. Nice. Was? Hä, bei mir ist Atlantis. Oh, dann hast du wohl ein anderes Thema. Cooler Server. Eigentlich müsst ihr bei mir, also eigentlich müsst ihr bei mir in der Lobby sein. Jeder hat andere Themen, jeder hat andere. Jeder hat ein anderes Thema, das ist so. Warum habe ich so ein schweres? Was hast du? Heißt du Ballon? Ich habe Atlantis. Heißt du Ballon, ist doch nicht schwer, Bro. Ich habe Heißt du Ballon. Ach so, Atlantis. Ja, das ist einfach, aber Atlantis, wie soll ich, ich weiß nicht mehr recht, wie man baut. Okay, Mexifal, pass auf. Möchtest du dir wirklich Mühe geben oder nicht? Sei ehrlich jetzt. Nee. Warum nicht? Weil ich schlecht bin. Nein, bist du nicht. Du bist doch Mexifal. Okay, ich habe das. Ja, Mann, du bist doch gut in jedem Game. Das ist der Mexifal, den ich kenne, Alter. Kennt ihr DJ Manuel? Wer ist DJ Manuel? Kennt er nicht. Wer ist DJ Manuel, Junge? Nenn es doch, wer ist es? Ein DJ, den ich privat kenne. Ja, okay, woher sollen wir einen DJ Manuel finden? Hurt's aus. Nein, tut er nicht. Okay, er nicht. Ich baue so eine richtig geile Mexifal-Hüpfburg, Alter. Geil. Alter, wirklich? Ja. Oh, du hast es erfasst. Dino slash Krokodil. Ja, ja, sowas in die Richtung, genau. Oh, keine Krokodile sind so uncool. Nein, Krokodile sind mega cool. Wirklich? Ja, natürlich sind Krokodile cool, Alter. Das ist... Okay, Stein, danke für deine rege Teilnahme an diesem Video. Extrem stark. Bitte. Ich baue einen Steinluftballon. Ah, ja. Ja, Stein oder aus... Ich weiß jetzt nicht, ob ein Steinluftballon... Also, die Aufgabe perfekt erfüllt, Alperstein. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, dass das wahrscheinlich nicht von allen Leuten so appreciated werden wird. Hör auf. Alles klar. Du kritischest mich immer. Ja, weil du auch meistens... Egal, was ich tue. Ja, weil du auch meistens einfach... ...baust, ne? Mexifal, du musst wissen, Alperstein ist ein ganz spezieller Spiel. Ihr habt noch nie miteinander, glaube ich, gesprochen, oder? Nein. Hallo. Hi. Und, wie ist es bis jetzt? Spaßig. Ah, ja. Äh, äh, äh. Sag nicht Falsches. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Sehr schön. Oh, Mexifal, meine Hüpffburg, Alter, die wird so cool werden. Du wirst richtig Spaß darauf haben. Man kann sogar auf der Hüpfung, Dicker. Ui, da freu ich mich. Weißt du, guck mal, das ist das Ding, Mexifal. Mit Alperstein eine Aufnahme, ne? Ja. Die hat, die hat immer was Besonderes, ne? Wie du vielleicht gerade merkst. Das ist immer... Du hast, du hast keinen... Einmal war ich Trump, einmal war ich Simon Dessio. Du hast keine... Ich war Mitglied bei Dad Adam. Du hast keine vernünftigen... Du hast keine vernünftige Gesprächsführung. Es gibt kein richtiges Thema. Ja, was Besonderes, würde ich sagen. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder angehende Moderator sich einmal mit Alperstein hinsetzen sollte. Das Leben geht voran. Ganz genau. Ich glaube, du merkst es selber, Mexifal, ne? Ja. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier genau baue, aber ich versuche irgendwas Schönes zu machen. Ich bin erpischt und gespannt. Ich gebe auch ganz doll Mühe für mein Bauwerk. Junge, du baust einen Steinluftballon. Es gibt nicht mal Steinluftballons. Der ist rot. Ich mache den in Kombination mit meinem Kopf von Minecraft. Warum? Ja, weil das gut aussieht. Glaube ich nicht. Baby. Ja, bitte? Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Es freut mich. Ja, ist eine angenehme Unterhaltung. Ein Thema zum Reden, jetzt hast du ein Thema. Wie geht's? Das ist kein gutes Thema. Jetzt hast du gesagt, warum nicht? Es ist einfach, es ist sehr inhaltslos. So was wie Revi, was machst du gerade? Stein, erzähl doch einfach mal, Mexifal, zum Beispiel, was du auf deinem Kanal so viel Content machst. Mittlerweile nix. Hm? Ah ja. Same, kommt mir bekannt vor. Na gut, dann könnt ihr euch ja zusammentun. Vielleicht nehmt euch einfach eine WG und macht die WG der inaktiven, Alter. Let's go. Ufo. Ufo 3. Das müsste erstmal eigentlich das Ufo 2 geben, oder? Das hatte ich schon. Ach ja, du hattest das Ufo 2 schon. Ja. Hab ich nicht mitbekommen, tut mir leid, ich bin da nicht so drin. Ja, mega, also ich bin auf jeden Fall mit meinem Gebauten hier echt extrem zufrieden, kann man nicht anders sagen. Sieht sehr schön aus. Ich hab ne tolle Hüpfburg gebaut hier. Ich mag meins auch. Sieht echt geil aus. Meins sieht so schön aus. Ich würde auch nicht einsteigen. In den Ballon aus Stein. Ja. Die Zelle ist schon oben. Ja. Alter, Leute, das ist ne richtig geile Hüpfburg hier. Uff. Okay, was haben wir hier? Oh, wir spielen gar nicht. Wir spielen Montagsbilder. Wir müssen ja erraten, was die bauen. Ich, Idiot. Ey, wir haben schon alles gesagt, was wir haben. Oh, wir sind so dumm, Alter. Bauchstelle. Weitringt. Wir haben das falsche Spiel gespielt. Man muss ja erraten, was die machen. Völlig lost, Digga. Oh, sind wir dumm, Alter. Ich find, das ist sehr gut geworden, oder? Ich find, das ist gut. Ofen. Irre genommen. Alter, es war ein Ofen, tatsächlich. Alphastein ist so damn gut in diesem Spiel. Ich hab mir in der Schule aufgepasst. Nicht so wie du. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt in der Schule für aufgepasst haben muss. Bin ich ganz ehrlich mit dir, Alphastein? Ja, ich würd sagen, das ist ein Mäh, Alter. Also, tut mir leid, so stark ist es jetzt nicht, ne? Find ich nicht geil, Alter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Maxify, Abfall, oder? Ja. Gut, was haben wir hier? Hä? Was ist das Wort? Ich hab keine Ahnung. Hä? Couch passt ja nicht. Hä? Was hat er denn hier gebaut? Äh. I? I? Äh. Moment, was? Was soll das sein? Keine Ahnung, Alter. Es sieht aus wie ein... Dafür gibt es auf jeden Fall... Film, Junge. What the f***, Alter, wie schlecht. Das gibt einen. Ich erkenne da keinen... Junge, ekelhaft. Ekelhaftes Ding, wirklich. Ekelhaft, Läuer. Tun mir leid. Was haben wir hier? Äh, guck mal, was ist das? Nein. Nein, Alter. Alter, bist du hohl. Das sieht voll geil aus. Oder? Das ist eine geile Hüpfung, ne? Alter, ja. Kann man darauf wirklich springen? Ja, guck. Alter, das ist crazy. Okay, ich zwinge nochmal die Community, dass die gut geben. Ansonsten gibt es einen Bann. Okay, was ist das hier? Yeah. Puff, Alter. Ich schieße ja, du Schummler. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es ganz schnell eingegeben. Die drei Punkte, die habe ich mir reingegönnt, Alter. Ja, Stein ist halt ein Steinballon, ne? Also... Wie hässlich. Ich finde Augenkrebs. Also in der Zeit hätte man noch bessere Sachen. Es ist in Ordnung, einfach Stein. Wann kommt meins? Wann kommt meins? Was hast du nochmal gebaut? Sag ich nicht. Ne, sag es nochmal. Komm, ich kann noch gewinnen. Bitte. Bitte, sag es mir. Komm schon, das ist gut, oder? Warte, jetzt kicke ich. Jennifer, sorry. Wollte gewinnen. So. Jetzt bin ich erster. Mit deinem Ernst. Ehre. Perfekt, Alter. Leo, das kannst du schön mit reinschneiden, wie ich hier meine Atmenrechte missbrauche. Und falls ihr auch mal von mir missbraucht wer... Moment. Falls ihr auch mal von mir, also... Also falls ihr live miterleben wollt, wie ich meine Atmenrechte... Also, dann joint mal auf Revinza.tv. Oh, Ehrenserver, Leute. Geil. Ehrenhaus, Maxi-File. Kick-Tierre. Du darfst nicht gewinnen. Lol. So. Und schon bin ich wieder erster. Ehre, Alter. Einfach nur geil, wie ich hier jedes Mal gewinne. Oh, Leute, ich habe gewonnen, Alter. Geil, Mann. Wow. Geil. Leute, und wer hat das Schönste gebaut? Plot-Gewinner und Rate-Gewinner bin auch ich. Perfekt, Leute. So, wir haben uns warm gespielt. Und jetzt spielen wir eine richtige Runde Master Builders. Was soll denn das hier alles? Auf geht's, Mann. Jetzt spielen wir eine Runde Meisterbauer. 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 Master Builder auf meinem Server. Leute, wenn ihr es auch spielen wollt, kommt vorbei. Wir bauen Unterhaltung. Wir bauen Unterhaltung, oder? Unterhaltung. Komm, ganz rechts. Unterhaltung. Du bist richtig eng. Das Thema ist Selfie? Hä? Ach, ich bin ja so dumm. Es sind ja immer die Überthemen. Es sind ja immer die Überthemen. Ich bin so hohl. Das Thema ist halt Unterhaltung. Es ist halt jetzt das Selfie. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich bin dumm. Genau. Maxify, alles in Ordnung? Oder brauchst du... Wie warst du eine Hose hast du gerade an? Eine schwarze Hose. Warum? Okay, okay. Oberteil? Schwarz. Ich ziehe meistens nicht. Oh, schwarz. Warum, fragst du? So, so. Nur so. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Äh, schwarze Schuhe. Oh, nicht im Ernst. Lass mich doch so kleiden, wie ich will, Maxify. Nee. Nee. Ihr müsst uns nicht an die Gesellschaft anpassen. Wir können unseren eigenen Style leben. Dafür ist auch Deutschland da. Danke dafür, Alphastein. Wir können uns... Wir dürfen uns hier ausleben, ohne dass uns andere Menschen irgendwie dagegen stellen. Nee, ja. Ganz genau. Ich gebe dir lilaner Socken, okay? Spielst du mit Shader? Nein, ich spiele ohne Shader. Wieso? Ich habe keinen Bock auf einen Shader, weil es ultra abhängig ist, oder? Okay, jetzt ein Thema zum Reden. Ach, Alter. Tigger, das ist so schwachsinnig, mit Alphastein eine Aufnahme zu machen. Du merkst es vielleicht, Maxify, oder? Ist halt nicht ganz so einfach. Also eigentlich brauche ich nur Rebi. Mehr auch nicht. Ich auch. Warum braucht ihr denn mich, Alter? Weil du geil bist. Ja, ich würde. Weißt du, das Ding ist, du musst dir jetzt eigentlich vorstellen, guck mal, eigentlich Alphastein ist heute sehr, sehr ruhig. Normalerweise ist der viel, viel lauter. Und erzählt einem dann halt, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leaks in Fortnite erzählt er dir gerne. Denkt er sich aus. Wir haben heute schon genug gemacht. Mein Hals macht schon langsam Aua. Ach ja. Oder erzählt ihr halt, dass er Simon Dessio zum Beispiel ist. Also, du musst, du musst mir glauben, Maxify, so viel Sch*** habe ich mir noch nie in meiner... Ich habe mit Simon Dessio ein Video gemacht. Oder Vince? Fortnite. Was hast du mit ihm gespielt? War es jetzt ehrlich? Ja, ich schicke den Link. Halt's Maul. Hast du wirklich mit Simon Dessio Fortnite gespielt? Junge, 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 Alter. Ja, keine Ahnung. Also, du siehst, du siehst, Maxify, Alphastein, ganz besonderer Charakter, ne? Ey. Alphastein, was ist passiert? Ist dein Game schon wieder gecrashed? Ja. Das weiß ich nicht. Alter, mein Selfie ist ja so genial geworden. Mann. Das ist ja so stabil, Alter. Okay, Alphastein, wir gucken mal ganz, ob deins noch kommt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Oh, guck mal, das ist insane, oder, Maxify? Ist das deins? Ja. Ich finde es ganz gut. Was? Nur ganz gut? Sehr gut. What? Hab ich gemacht. Hallo? Warum gönnst du mir nicht mehr, Alter? Alter, es gibt Spiegelding. Alter, das ist so insane, Junge. Guck dir das mal an, Digga, wie der Typ sich das Selfie... What the fuck, Alter? Sorry, in der Zeit, da gibt es Besseres. Junge, warum ist die nackt für das Selfie? Komplett ehrenlos, Alter, wirklich. Da fehlt ein Mund. Also, in der Zeit, das kleine Ding... Ey, Junge, 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 das ist natürlich eklig. Alphastein, was hast du denn gebaut? Erzähl es mir doch einfach ganz kurz. Ein schönes Objekt. Ach ja, okay, gut. Der Typ hier hat... Ja, okay. Ja, ist auch geil eigentlich. Ich finde es mä so. So, dein Arm sieht ein bisschen seltsam aus, weißt du? Ist auch nicht schlecht, ist auch cool. Ist gut, würde ich sagen. Aber ich fand meins auch besser, tatsächlich. Schmutz, Alter. Mein Gott, Alter. Halt doch deinen Maul, Junge. Was ist das hier? Das finde ich gut, eigentlich. Wobei, das Handy ist ein bisschen groß. Ich finde es mä, ja, du hast recht. Aber der hat noch... Ja, guck mal, eine Pyramide im Hintergrund. Nee, das ist gut. Aber warum eine Pyramide? Ja, weil man so... Weil man so immer so Selfies... Selfies vor Pyramiden macht. Weißt du, was ich meine? So... Ja, Maxi, Alter, ist das dein Name. Ich finde es auch süß. Okay, was haben wir hier? Bro, äh... Ähm... Fotografiert der Typ seinen... Alter! Seinen Bauch. Junge, what the f***? Also, ich finde... Das ist, äh... Äh, ich hab's nicht gebaut. Okay, Maxi, bin ich das? Nein, ich hab dir ein schwarzes T-Shirt gegeben. Maxi, sag nicht, dass ich das bin. Nein, 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 das hab ich nicht gemacht. Das geht doch nicht klar. Das ist von Alperstein, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass es von Alperstein ist. Ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich finde es... Ich finde es... Schlecht. Tut mir leid. Maxi, was ist mit meinem Kopf passiert, Junge? Ich kann nicht höher bauen. Das ist das Limit. What the f***? Alter, das hier gibt's nicht. Episch, Junge. Irre. Stark. Sehr stark, Alter. Junge, was ist mit diesem Kopf, Alter? Digga, ich fang euch an zu heulen, was ihr hier gemacht habt. Oh, Alter, das ist stark. Sag doch, dass es ein Limit gibt. Mann. Das ist sehr gut, finde ich. Das ist sehr gut. Das ist aber kein Handy. Selfie. Das ist eher ein... Selfie mit Mikrowelle, Alter. Junge, was zum Teufel. Das ist ein Fernseher, so ein Monitor ist das. Oh, wer hat gewonnen, Leute? Ehre. Ich habe gewonnen. GG's, Alphastein, ich bin froh, dass wir Deins nicht gesehen haben. Was hast du gebaut? Einen Mensch. Und was hat dieser Mensch gemacht? Komm, Maxify, einmal schnell PPP, komm hier rein. Komm, und los. Warte, 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 warte. Schnell, bevor wir anders kommen, schnell, schnell, und los. Hallo, 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 warte, Spielstopp, Spielstopp, ich kann nicht bauen. Oh, gewonnen. Wieso kann ich nicht bauen? Easy, Wack, Wack, Wack. Leute, ihr habt es gerade gesehen. Leute, wenn ihr... Nein, nein, nein. Ja, ich weiß. Mann, ich wollte es abmoderieren, Maxify. Nein, ich will eine Revanse, ich wusste nicht, wie man schlägt. Hallo, das ist ihr. Das ist unfair. Ich widerspiele nicht, ich gehe sofort dann zurück. Drei, zwei, eins, und ich komme. Okay, go. Oh, oh. Oh, easy. Easy. Okay, Leute, das war es uns für dieses wunderschönen Video. Hallo. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich habe nichts gebaut. Ja, besser ist es, Alter. Falls ihr Bock habt, dass ich mit Maxify und Alphastein mal Minecraft PvP spiele, auf Ehre, habe ich lange nicht mehr gemacht. Lasst gerne, wie gesagt, dafür einen Daumen nach oben da. Ihr seht, ich bekomme it bad da drin. Aber ich glaube, Maxify ist noch schlechter, von daher passt das. In dem Sinne, meine Freunde, lasst das Däumchen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, schaut gerne bei Maxify und Alphastein vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Bis dann. Tschau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.